Er rührte an den Schlaf der Welt mit Orten, die Blitze waren. Die kamen auf Schienen und Flüssen daher, durch alle Länder gefahren. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Orten, die wurden rot. Und den ins Worten wurden Armeen gegen die Ungersloh. Er rührte an den Schlaf der Welt mit Orten, die wurden Maschinen. Boden-Taktoren, Bodenhäuser, Bohrtürme und Minen. Boden-Elektrizität, Kämmern in den Betrieben. Stehen und aus der Sparschiff in allen Herzen geschieben. Gehen und aus der Sparschiff in allen Herzen geschieben.